Ja, Junge! 1 zu 0 nach fucking anderthalb Minuten! Und 2 zu 1 für Glattbart, das sei wirklich richtig dumm. Von dem Arm, von hier runter, hüpft er runter und springt ihm hier hin. Könnte ein Konter drin sein, wenn sie das da rankommt. Er läuft weg, er kommt dran. Komm, sieh das auf, Junge! Komm, Junge, du hast richtig Platz! Schließ doch ab, Alter! Ja, Junge! Er schließt doch ab! 1 zu 0 nach fucking anderthalb Minuten! 1 zu 0 nach anderthalb Minuten! Ist das geil! Ich dachte, er macht wieder Finte um Finte um Finte zu viel. Wahnsinn! Silas Wamankituka mit dem 1 zu 0 nach anderthalb Minuten. Ist das geil! Sosa ist bestimmt oben, ja. Da ist er und dann kommt gleich die Flanke. Sosa, die ist nicht schlecht! Gonzales! Schade! Wieder eine der guten Flanken von Sosa und Gonzales. Kriegt ihr ein bisschen Rückenlage und Köpften leider drüber. Ja, die Gladbacher, er kommt richtig gut in den 16er. Boah, das Ding ist nicht drin! Jetzt sehen wir es nochmal, geht vorbei. Bisschen arg einfach am Kämpf vorbei. Spiel den Ball zurück. Anton berührt ihn und dann, ne. Mavropanos berührt ihn und Anton legt sich dann auf den Boden und kretscht den Kratus vor Linie weg. Sonst wäre es ein Eigentor von Mavropanos geworden. Dann haut ihn Silas weg. Huh! Das war ein enges Ding. Ah, jetzt kommt der Ball natürlich durch. Player. Huh! Bredlo hatten. Aber der kam auf einmal aus dem Nichts richtig durch, ne. Du hast gedacht, wir haben die da hinten ganz gut zugestellt und so weiter. Auf einmal kommt das Ding mal so richtig durch da hinten. Spielt nochmal hoch. Da kommt Sosa mit. Flache Flanke, die Davi! Zwei! Ne, abseits. Abseits. Mal gucken. Wird ja immer nochmal draufgeschaut, was wirklich abseits war. Aber starker, flacher Ball von Sosa oben. Jetzt mal gucken. Ja, ist abseits, würde ich sagen. Ja. Sieht gut nach abseits aus. Aber war ein schöner Ball von Sosa. Sehr schade. Das war natürlich richtig geil gewesen. Mit dem Halbzeitpfiff gefühlt auf 2 zu 0 zu setzen. Aber jetzt oben Player. Ne, Turam ist es. Wow! Und da fällt das 1 zu 1. Und sowas ist halt auch einfach schwierig zu verteidigen. Klar, du kannst da oben noch ein bisschen energischer auf ihn drauf gehen. Klar, hat ein bisschen arg viel Platz und Zweit gehabt. Einfach ein starkes Tor. Geht vorbei an Kempf. Und der Schuss ist einfach unhaltbar und stark. Innenpfosten und drin. Das ist einfach individuelle Klasse. Da machst du nix. Ist halt natürlich sehr schade jetzt. Vorne einen Abseitsdruck gemacht. Und dann mit dem Halbzeitpfiff ist 1 zu 1. Ist doof. Ist sehr, sehr doof so. Sehr, sehr schade. Jetzt langer Ball. Um Gottes Willen, Bredlo. Alter, was für ein unfassbar dummes Gegentor. Langer Ball, wo man auch nochmal auf Abseits gucken muss. Langer Ball und dann... Was macht denn Bredlo da? Ja, es ist halt Abseits, ne? Also entweder oben Afropanos hebt auf oder es ist Abseits. Und dann rutscht halt Bredlo hinten weg. Springt da halt raus. Und das bringt halt nix. Ne, war kein Abseits. Afropanos hebt es oben leider auf. 2 zu 1 für Gladbach. Was für ein dummer Scheiß. Das Tor geht halt leider, ich habe es vom Spiel angekündigt, zu einem Großteil auf das Konto von Fabian Bredlo. Er kann rechtzeitig hinkommen an den Ball. Aber er rutscht aus. Kommt deswegen nicht rechtzeitig hin. Kann nichts mehr machen. Läuft halt dann draußen random vom Tor. Wird umkurvt und 2 zu 1 für Gladbach. Das ist halt wirklich richtig dumm. Und das Tor geht leider zu einem sehr hohen Anteil auf das Konto von Bredlo. González. Abschluss. Schade, das Ding ging ein deutliches Stückchen drüber. Aber mal wieder ein Abschluss. Kommt auch der Szenenapplaus von der Bank. Einfach dranbleiben. Einfach dranbleiben, Jungs. Einfach dranbleiben. Aber ich traue es den Jungs weiterhin zu. Weil wir weiterhin auch mehr oder minder von Spielanteilen sind wir besser. Gute Flanke. Kalajic! Was eine starke Flanke von Sosa. Auch hinten. Ganz weit die Flanke. Und Kalajic kommt gut hin. Er macht das Beste draus. Ist halt quasi am Fallen nach rechts. Und kriegt nicht mehr genügend Wucht hin, um entscheidend ins Tor abzulenken. Aber das war sehr eng. Deswegen war auch mein Schrei so laut. Weil die bringen nochmal durch auf Anton. Kulibali. Flanke. Die ist gut. Hand! Hand! Handspiel wird diskutiert. Handspiel wird diskutiert. Kalajic mit dem Kopfball. Handspiel wird diskutiert. Und er hat wieder Kontakt. Als ob wir nochmal so eine strittige Szene kurz vor Schluss haben. Wie auch damals im Ligaspiel. Kalajic. Natürlich. Das musst du pfeifen. So ein Handspiel. So ein Handspiel wurde schon Millionen Mal gepfiffen. Hallo? Hallo? Er überprüft es halt gar nicht, oder? Ich spiele einfach weiter. Da wurde gar nichts gecheckt, oder was? Hä? Hä? Aber ist jetzt die Elfer-Szene einfach so gegessen, oder was? Ist die Szene von vorhin einfach so gegessen, oder was? Oder wird jetzt noch überprüft? Hä? Ist die Szene einfach gegessen? Abpfiff. Raff ich gar nicht. Raff ich original nicht. Damals für das 2 zu 2 von Kalajic. Oder die Elfmeter-Szene von Kalajic. Minutenlang gecheckt. Und da war gar nichts. Da war gar nichts auf einmal. Keine Diskussion und nichts. Also vom VfB-Spieler schon Diskussion. Aber da wurde gar nichts irgendwie geklärt oder so. Es wäre wieder kein VfB gemäß, in dem man pfeifen muss. Und der dem Fußball gut tut. Aber es war wieder eine Szene. So von Hand weg und sowas von Ginter. Die auch schon mal gepfiffen wurde. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Also wir hatten auf jeden Fall im Ligaspiel gegen die Gladbacher. Hatten wir sehr viel mehr Kontrolle. Auch ein Ticken mehr Chancen gegen Gladbacher. Wir hatten es noch mehr unter Kontrolle, das Spiel gegen Gladbacher. Beim 2 zu 2. Heute war es aber halt für mich auch wieder ein Unentschieden-Spiel. Es war ein komplett ausliegendes Spiel. Vor allem in der zweiten Halbzeit ohne riesengroße Chancen. Jeder hatte es zu seiner kleineren. Aber nichts riesengroßes. Es ist sehr, sehr ärgerlich, hier heute rauszufliegen. Weil es eigentlich wirklich ein sehr ausliegendes Spiel war. Aber am Ende entscheiden es halt die Kleinigkeiten. Und die Kleinigkeit bei uns war halt das 1-2 Gegentor. Von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten. Und am Ende halt einfach auch mit dem großen Patzer. Und mit dem doofen Aktionen. Dass er halt ausrutscht, der Bredler. Und dadurch Player halt den Weg frei vorbeigehen kann. Es ist sehr, sehr schade. Sehr ärgerlich. Weil das Spiel eigentlich über 90 Minuten keinen verdienten Sieger hatte. Das war ein Unschiedenspiel. Aber es gibt am Ende die kleinen Unterschiede. Und vor allem waren es dann individuellen Unterschiede. Das 1-1 mit dem Halbzeitpfiff war der perfekte Beweis halt bei Gladbach. So ein Ding einfach so rein zu jagen. Aber wir können mit der Leistung auch hier wieder im Pokal sehr zufrieden sein. Wir gehen in der erhobenen Hauptliste aus dem Pokal raus. Auch wenn es sehr, sehr schade ist. Aber auch, muss man auch sagen, gegen Gladbach kann man verlieren. Auch wenn es heute nicht nötig war. Und ich auch nicht von krass Verdien sprechen kann. Das waren ja die kleinen Unterschiede. Aber wir gehen hier mit einer guten Leistung aus dem Pokal raus. Für eine gute Pokalsaison. Und können es weiter dann auf die Bundesliga konzentrieren. Kannstatter Block. So, schauen wir mal. Ah! Da ist es! Ah ja, perfekt. Kein Elfmeter. Ha! Oh mein Gott. Und vor allem hier, ne? Von dem Arm, von hier runter, hüpft er runter. Und springt ihm hier hin. Es ist wirklich einfach nur frech, sowas nicht zu pfeifen. Das ist, das ist nur nicht gepfiffen worden, weil es schon gepfiffen worden, oder weil wir schon diese knifflige Entscheidung hatten im Ligaspiel. Kein anderer Grund. Kein anderer Grund. Leckt mich am Arsch. Also, wie gesagt, es war's. Kein anderer Grund. 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 Vielen Dank.